Jungs, morgen ist ein besonderer Tag. Wir warten wichtige Gäste. Da bin ich auf die Hilfe der Besten angewiesen. Deshalb werden wir heute die Sprinter auswählen, die mich morgen begleiten werden. In den Diste. Beginnt euren Arbeitstag. Es ist ein speziell für die Chiline. Und meine Mutter? Sie müssen auf dem Weg gehen, sicher. Votiert von Pablito. Wir glauben. Ihr und ihr Kind deserve diese Möglichkeit. Er weiß nicht, dass wir ihn sehen. Du denkst, dass er nicht mehr an ihn, als an dich? Wir haben keine Aspirin. Aber ich kann mir nicht die Sieger machen. Was ist das? Was ist das, Frau? Ajudame. ¿Sabes por qué me dicen Dauerungl? Significa Tio Permanente. Porque siempre estaré con ustedes, incluso después de morir. ¡Gracias!